. Ein ganz normaler Tag bei Familie Geis in St. Tropez. Carmen kommt nach 8 Stunden vom Shoppen zurück. Robert! Robert! Wenn ich immer dieses Robert höre, könnte ich dir persönlich die Stimmenwände ziehen. Ich hab dich beim ersten Mal schon gehört. Ach, Robert. Ich weiß, wie ich heiße, Carmen. Nee, ich bin jetzt Carmen. Du bist Robert. Ich wollte dir auch nur sagen, ich bin wieder zu Hause. Ach nee. So, was ist los mit dir, Frau? Bist du krank oder was? Krank? Wieso? Seh ich schlecht aus? Ja, kacke wie immer halt, aber das mein ich diesmal nicht. Du warst beim Powershop in den Saint-Tropez und hast nur zwölf Tüten. Ach so, ja, dat sind nur die Quittungen. Die Lieferung kommt morgen.